Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin Conker Steffy Fox und wir sind bei Metal Gear Solid 3 Snake Eater angekommen. Freunde, herzlich willkommen zu dem Titel, der uns zeitgeschichtlich sogar etwas weiter zurückwirft. Denn mit diesem Titel sind wir chronologisch beim Anfang von Metal Gear Solid angekommen. Und ja, spielt in den 60er Jahren. Also das heißt, wir werden mit etwas älterer Technik konfrontiert. Und ja, ich freue mich tatsächlich auf den Teil, weil dieser Teil hat nochmal die Krone anders aufgesetzt. Denn es gibt tatsächlich noch längere Cutscenes, würde ich behaupten. Und es sieht, glaube ich, nochmal einen Ticken hübscher aus. Also, das war ja damals ein Playstation 2 Game. Und ich weiß noch, wie ich es bekommen habe. In einem Steel Case. Und das war das Highlight schlechthin, wisst ihr. Also, ich freue mich immer wieder, das Game zu zocken. Und ich habe es auch wirklich echt lange gezockt. Beziehungsweise, ich habe es auch schon auf 100% gespielt. Man kann ja so kleine Kröschchen abschießen. Das werden wir nicht machen. Das werde ich ausklammern. Wir werden uns hauptsächlich um die Story kümmern in diesem Playthrough. Und in dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wir haben ja schon in der Metal Gear Reihe ein paar Titel abgeschlossen. Und jetzt sind wir am Anfang. Ja, hier haben wir eine Wahl der Qual. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, wenn man das hier wählt, dann soll es eine längere Tutorial Session geben. Also, wie man spielt und so weiter und so fort. Bei dem bin ich unschlüssig. Da habe ich nichts Konkretes jetzt. Aber hier weiß ich, dass wir jetzt gleich beim Absprung Rydens Maske aufhaben. Ist wahrscheinlich auch nur eine Hommage an das Ding mit Ryden. So wieder so ein kleiner Schulterklopfer von Kojima. Kojimas Humor, ne? Aber wir nehmen, mir gefällt Metal Gear Solid 3, weil hier gibt es ein paar Tarnungen, die doch sehr, sehr effektiv sind. Und das Ganze spielen wir auch wieder auf schwierig oder auf hart. Und in dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Nach dem Ende der Weltkrieg 2 war der Welt in zwei. East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. » Die 2 1 2 2 2 4 3 5 5 4 All right, you ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cab okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waist know what he's doing? Approaching release point. Ten minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. Six minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. Two minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. One minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. Ten seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. Five. Four. Three. Two. One. Spread your wings and fly. God be with me. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Jack, ich habe etwas wichtiges Neues. Der Herr der CIA hat uns endlich die Lichter für die Virtuellen Mission gegeben. Die Virtuellen Mission? Nein, die Virtuellen Mission. Die Zukunft unserer FOX-Unit betreffend. Wenn es geschafft wird, werden wir in eine Einheit organisiert werden. Eine Virtuellen Mission? Das klingt wie ein Kind von Initiativen Ritual. Ja, das ist nicht ein Training-Opp. Genau. So, was genau diese Wunderfülle Mission ist? Well, ein paar Jahre später, ein bestimmter Soviet-Scientist hat einen Asylum in der Westen durch einen unserer MOLs. His name is Nikolai Stapanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April 12, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no god. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a Design Bureau, that's quite a success story. So why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. He used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him two weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. U.S. and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the U.N.'s Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the U.S. agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. And we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the U.S. or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital and handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, save me, until he disappeared from my side. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semi-Palatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in a facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yask, a place in the mountains about three miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he were still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. The Virgin Cliffs. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. The recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton's surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two six-barrel 20-millimeter Vulcan cannons, as well as two 40-millimeter machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a four-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. I need a few hours later. I need a few hours later. We are going to have to, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist das, was ich in der Tat von mir vorgelegt. Das ist das, was ich in der Tat von mir vorgelegt. Das ist das, was ich wirklich tot. So, wie komme ich zurück? Ich nehme die Revival-Pil. Das ist das, was sie in meinen Zuchzen gelegt? Das ist das, aber bitte. Wenn du in der Tat von mir vorgelegt bist, nichts wird dir zurückgebracht. Remember das. Ich habe es in der Tat, das war eine Solo-Mission, richtig? Genau. Das heißt, ich kann nicht auf die Reinforcements counten. Correct. Die Mission rests entirely in your hands. The real one-man army. Relax, there's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of FOX as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Para-medic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack, for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking. But I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is one four five point seven three. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserve to save frequency. One four zero point nine six. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been five years, 72 days and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Hmm. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No. It had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural born fighter. But you're not quite a soldier. A soldier is a political tool and nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient. Loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic? It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. And so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything. Even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. Alright, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh. And one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive. Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. So, da steht doch ein super gutes Team hinter uns, würde ich sagen, oder? Ja, dann schauen wir doch einfach mal ganz schnell in unseren Rucksack oder in das Überlebensmenü. Angefangen, das wird noch erklärt, aber ich erkläre es jetzt einfach mal vorweg. Wir können, das ist sehr wichtig, erstmal können wir Rydens Maske aufsetzen. Für alle, die Ryden lieber haben als Snake. Na, natürlich werden wir dementsprechend die Bemalung aufziehen, die wir brauchen. Und man sieht auch immer, was wie was bringt. Das sind hier zwei Bonus-Bemalungen. Ich glaube, die gehören schon zu diesem, ich mag Metal Gear Solid 3. Bei Metal Gear Solid 1, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in der Cutscene. Da hat Snake während dieser Mission etwas mehr Ausdauer. Diese Bemalung hier, die O2-Anzeige nimmt nicht ab. Damit haben wir quasi unendlich Sauerstoff. Und dieser, die Griffanzeige nimmt nicht ab. Das ist eigentlich praktisch. Werden wir nutzen, wenn wir es brauchen. Dafür haben wir es ja. Und Uniform. Guck mal, DPM. Ich glaube, Fleckentarnung ist besser. DPM ist jetzt besser, weil wir im Blattwerk stehen. Besonders wirkungsvoll in bewaldeten Gegenden. Ja, da müssen wir wirklich drauf achten. Und wir werden wahrscheinlich ganz oft in diesem Menü hin und her switchen. Genau. Und Rucksack ist ganz wichtig. Was das Gute daran ist, wir haben einfach eine ganze Menge zum benutzen. Ich werde aber nur das Wichtigste ausrüsten. Weil, ihr seht ja selbst, wir tragen jetzt von Objekten 0,1 Kilogramm und Bewaffnung. Ich weiß zwar nicht, warum wir ein Richtmikrofon haben. Aber wir haben immerhin ein Messer und Knarre. Und insgesamt haben wir 2,3 Kilogramm. Das spielt natürlich mit der Ausdauer eine Rolle. Denn umso mehr wir tragen, umso mehr Ausdauer verbrauchen wir. Und dann haben wir noch das Nahrungsfenster. Das müssen wir uns natürlich vor Ort besorgen. Äh, das werden wir, das werden wir mal tun. Irgendwo... Wo ist doch hier eine Schlange, oder nicht? Da! Survival! Ganz wichtig! Sack! Aktion, Schlange G! Sack! Wenn wir mal Paramedic anrufen, jetzt wo wir die Schlange eingesammelt haben. Ich sehe, dass du eine große Anaconda kaputt hast. Die große Anaconda ist glaubt, dass es der größte Schneck in der Welt ist, in Bezug und Diameter zu sein. Es ist nicht schrecklich, aber seine große Größe macht es extrem stark stark. Sie sagen, es braucht sogar Krokodile. Sein einzige natürlicher Predator ist Mensch. Und Schneck. Und Schneck. Die große Anaconda ist ein sehr großer Schneck. Aber du solltest es lebenswürdig mit der Tranquilizer-Gun beobachten werden. Entstanden. Wie schmeckt es? Ich wusste, dass du mich das gefragt hast. Ich bin glücklich, dass ich dich nicht entschuldigt habe. Also? Na gut, der Guide sagt, es schmeckt gut. Gut. Ich muss etwas probieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt notiert wird. Wenn er mal... Halt die Taste. Wenn er mal einmal kurz gucken. Warum? Genau. Fleisch der Riesenanaconda. Noch nicht gegessen. Soll aber lecker sein. Okay. Das ist gut, dass der Nachtrag kommt. Wenn wir sie jetzt mit der Betäubungspistole angeschossen hätten, dann würden wir sie in den Käfig packen. Weil das spielt auch noch eine Rolle, weil Nahrung kann verderben. Die können wir aber wiederum nutzen. Da komme ich aber zu, wenn es soweit ist. Gut. Dann würde ich sagen, los geht's. Ach ja. Und ganz wichtig. Den Schalldämpfer können wir ab und an montieren. Und ihr seht selber. Da ist eine Lebensanzeige. Wenn die weg ist, dann haben wir auch keinen Schalldämpfer mehr. Also sollten wir ihn gezielt gut einsetzen. Ich muss ja sagen, was ich hier ganz gut finde, ist, dass du von Anfang an weißt, oder es wurde von Anfang an kommuniziert, wie Sokolov eigentlich hier zu retten ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, in Metal Gear Solid 1, da wurde ja einfach gesagt, ja, rette den DARPA-Chef und hier den Präsidenten von Armstack. Aber wie? Ob die den da hätten rausholen sollen? Ja. Jetzt wissen wir's. Hier müssen wir's mit dem Hulten-Recarry-System machen. Könnten wir jetzt auch mitnehmen, die Bukodile. Aber wir lassen die mal in Ruhe. Ich weiß gar nicht. Würden die das auch so machen? Also ich mein, ja, die greifen schon und bewegen sich auch. Aber ich wüsste gar nicht, ob die auch so entspannt wären, wenn jetzt hier einer stehen würde. Schnell hier rüber. Denn in dem Sumpf kann man auch versinken. Können wir nicht. Hier müsste... Müsste doch auch irgendwo diese... Nehme ich dich auch mal mit für Survival. Ah, da steht er. Guck mal. Das sind diese... Diese Hüttkröten, die ich gemeint hab. Die werden wir aber nicht sammeln. Das hab ich mal gemacht. Das ist, ähm... Ja. Das ist wirklich viel, viel Arbeit. Weil in jedem Bild quasi... Wo wir uns befinden. Also in jedem Gebiet. Wir wechseln ja immer. Dann haben wir diese Einblendung. Da ist einer zu finden. Gibt nachher Situationen, da ist das... Vielleicht nicht so ganz einfach. Guck mal. Ich habe zwei Soldaten besonderes Schreiber. Secret von KGB Binnen. Das sind bestimmt KGB-G сюда, auszurent zum Sokolow. AK-47s und Grenade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Joa guck mal, ein schön handes Nickerchen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, diese Vögel und sowas, die aus dem Gebüsch an die Wache auch mitkriegen und dann Ermerksamkeit erregen und das wollen wir nicht. Den schicken wir auch mal Kopftreffer oder ich glaube zwischen die Beine sollte sofort die Wirkung des Actes mit sich führen. Dem sneaken wir jetzt einfach vorbei. Man soll sich nicht ganz sicher fühlen in diesem Gras, also man muss da schon ein bisschen aufpassen, denn es können auch Tiere in dem Gras wohnen, die nicht ganz freundlich sind. Alleine dieses Grinsen, ne? Dann werden wir das doch mal machen, was Snake sich da ausgedacht hat. Das ist schon fies. Oh shit! Los weg hier! Ah, nehmen sie den auch noch mit? Ja. Ah, damit ist es gebietfrei. Einfach mal die Gegebenheiten der Natur nutzen. Nun hat man keine Probleme. Das war doch easy. Das war doch nicht. Major, ich bin in der Abandone von der Sokolow geöffnet worden, wo Sokolow ist, zuvor zu sein. Das Ort ist ein Dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Maybe we're going to take a tip from the boss. Keine Antwort. Is natürlich schade und ungünstig, Ich denke, ich muss mich natürlich an die Gegebenheiten anpassen. Wir müssen natürlich teilweise eher vorsichtig vorgehen. Damit wir nicht entdeckt werden. Das ist die Frage, gehe ich jetzt direkt da rein? Das ist die Frage, wenn ich mich von außen in das Gegebenheiten anpassen. Was, wie ich mich von außen in das Gegebenheiten anpassen? Was, wie ich mich von außen in das Gegebenheiten anpassen? Wo ist denn der Typ? Wer hat das eigentlich gesehen? Das frage ich mich. Die Vorsichtsphase zählt halt nicht zur Alarmphase. Das Gute daran. Weckst die nicht. Ah, guck mal, da ist noch ein Kollege. Das ist so. Aber hier hört man das. Die Musik ist einfach mega krass. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Die sind aber mit ihren grünen Anzügen auch nicht schlecht getarnt. Wann ich nicht aufstehen? Ah, jetzt hat er ihn gesehen. Darf ein... Hier will ich lieber dran vorbei. Hat mich nicht mehr gel... Was ist das Geräusch? Noch eine. Hat mich doch verraten, der... Mistvogel da. Nichts hier. Hm? Ist jemand da? Kommt doch jetzt nicht hier hoch, oder? Nee. Zum Glück nicht. Hier bin ich sicher. Ah, die gucken... Ja, guck mal. Die gucken schon hoch. Also die... Wachen sind schon echt nicht doof. Da muss man echt aufpassen. Und ich glaube, auf dem Schwierigkeitsgrad sind die natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Man kann auch sehen, ich habe schon ein bisschen Ausdauer verloren. Ist ja auch nicht so ganz... Leicht hier durch den Dschungel. Schon wieder dieser Mistvogel, ne? Dann kann ich mich jetzt hier einfach fallen lassen. Ich sah's... Ich sah's... Was ist denn? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Was ist er jetzt? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er ein Mann von seinen Worten ist. Aber wir haben keine Zeit für das. Du musst mich rausziehen, bevor sie kommen. Wer ist das? Colonel Vulgen von Gru. Du in der Westen kennen ihn als Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. Er ist ein Mitglied der Extremisten Faktion des Armees, ein Mann, der versucht zu kontrollieren der Mutterland. Seit der Cuban Missile Crisis zwei Jahre alt war, Khrushchev hat eine politische Beziehung mit dem Westen geschehen. Despite die Kriterien und die Kriterien von Hauken in der Arme, und die Provinciale Autorität, Khrushchev hat versucht, die Opposition zu verabschieden. So far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And, on top of that, the tragedy last November. Präsident Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power, by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgen of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Gronin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here, and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgen from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgen will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. What happened? Oh. Oh! Freeze! So this is the legendary boss, huh? Huh? We meet at last. You! You're from the ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Soldier? He's the ocelot commander. That's major ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. An ocelot never lets his prey escape. What? 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 Ah! I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? You're not the boss. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major, leave it. Shoot the other one. Whoa! Oh! Whoa! Ah! 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 Possible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? Ich verstehe was du hast, aber eine Technik, die du nur gehört hast, in der Mitte der Krieg war, war nicht sehr gut. Du hast dich gefragt, dass du dich aufhörst. Außerdem, ich glaube nicht, dass du ein Automatic in der ersten Zeit hast. Du hast es gewohnt, um den Recoil zu versorgen. Das ist eher eine Revolver-Technik. Du schlusser Amerikaner! Ah! 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 But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty. Good. Ah. Das war's für heute. they were taking orders from a Gru colonel named Volgen. A Gru colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and Gru. Between Khrushchev's supporters and Volgen's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Jünger und dein Auftreten hat schon was... ...was Katzenartiges, oder? Aber gut. Die soll nicht unser Problem sein. Wir sehen es so, dass wir Sokolov einholen. Nicht, dass noch irgendwas Schlimmeres passiert. Nichts alle hinter ihm her sind. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Calm down, I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes, the Shagahod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of phase one. It won't be truly finished until we complete phase two. Phase two? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly! They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 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 Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets! My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, Boss. Now that all five of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kewa-bara, Kewa-bara! Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift for my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No. This one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. No. Das neue Blut wurde verabschiedet. Das war's für heute. Jetzt auf Sokolov's Forschung. Schegelhardt ist es uns. Drift away. Mein Platz ist mit ihnen jetzt. Drift away. ARD Text im Auftrag von Funk Just relax, and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the Survival Viewer with the Start button. If you select Cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the inner button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival view and treat those wounds. ... Alter Schwede, oh hauaha. Einfach von der Brücke geschmissen. Der arme Snake, ey. Aber... Meister und Schüler. Das sind... Das sind schon Welten dazwischen. Die ist nicht ohne... Die... Nationalheldin. Gut, dann kümmern wir uns um die Wunden. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch dazu was sagen soll, aber... Es ist eigentlich alles gesagt, was passiert ist. Ja, durch die... Plus Schnelle haben wir uns diverse Schnittwunden zugezogen. Sogar zwei Knochenbrüche. Und diesen hier finde ich sogar noch am schlimmsten. Einfach so ein Elbow-Check aufm... Aufm... ...Ellenbogen. Alter Schwede, ey. Ja. Und das ist halt auch... Eine Neuerung. Das kann halt mit Gift... Kugeln... Brandwunden... Schnittwunden, Knochenbrüche... Das kann man hier erleiden. Ja, und da müssen wir uns drum kümmern. Wir haben einmal Medizin. Einmal... Orationsgegenstände. Und ich habe immer gedacht, beziehungsweise... Ich glaube, das stand sogar im Spieleberater oder in dem kleinen Handbuch. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, dass die Lebensanzeige ein bisschen steigt. Weil ihr seht ja selbst, wir haben eine kleinere Lebensanzeige. Fühlt man auf der einfachen Schwierigkeit oder auf normal, dann hat man die volle Länge, glaube ich. Dann kümmern wir uns einfach mal darum. Fangen wir an mit der Schnittwunde. Das heißt einmal... Desinfizieren... Zunähen... Stip, Dick und Verband. Zack, fertig. Man kann es natürlich auch in einer anderen Reihenfolge machen, aber ich... Wie gesagt, ich bin immer der Meinung gewesen, wenn man es richtig macht, wird man dafür belohnt. Ich habe den Spieleberater damals auch gehabt, aber... Wenn ihr einen habt, dann könnt ihr mal reinlesen und in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Sonst könntest du einfach über Verband desinfizieren, dann zunähen, obwohl der Verband drauf ist, weißt du? So, Stip, Dick und Verband. Knochenbruch. Mehr kümmern uns erstmal um die Schnittwunden. Alleine das jetzt in dem Zustand zu schaffen, sich da selber zu versorgen, das ist auch schon nicht ganz ohne. Alleine dieser Aufprall auf dem Wasser, das muss man sich einfach mal vorstellen, ey. Nur einfach von unserer Mentorin so hinter Gang zu sein, ist viel schlimmer. Bloß beim Knochenbruch weiß ich nicht, ob man erst verbindet und dann schient oder erst schient und dann verbindet. Ich glaube, es ist erst Schiene anlegen. Obwohl, da ist auch ein Verband bei, ne? Weiß es nicht. Wir haben hier Knochenbruch kein Verband angelegt. Machen wir Verband in Schiene. Verband aus. Verband aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Good job, Snake We're coming to get you now Just stay where you are We'll drop a recovery balloon Can you set it up? Shag-o-hod We'll be right back to you We'll be right back to you We'll be right back to you Das war's für heute. 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 Was? Can we take her back to the base? Colonel! No! 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 No!